Servus Sebastian, wo geht man denn als Hochbau in die Berufsschule hin? Ich gehe in die Berufsschule in den Freistaat und gehe auch ins Internat, weil der Weg doch nicht ganz zu kurz ist und dann hört man dann mit dem Internat ab, dass man neue Leute kennenlernt und mit den Spätzlern dann lernen kann. Servus Lukas, und wo geht man dann als Zimmer in die Berufsschule? Ich gehe in die letzte Berufsschule und ich gehe ins Internat, weil ich neue Leute kennenlernen möchte und das möchte ich immer auch gerne an der Spuren.